Hi zusammen, ab sofort gibt's auf diesem Kanal auch kleinere Einblicke in aktuelle Ausstellungen und Museen, die uns sehr gut gefallen haben. Und dafür schauen wir uns heute in Berlin einmal die private Sammlung des Ehepaars Boris an. Viel Spaß hier bei Everywhere. Aber anschauen ist vielleicht zu viel gesagt, denn offiziell dürfen von den Exponaten keine Bilder gemacht werden. Bis auf eine kleine Ausnahme am Schluss haben wir uns auch daran gehalten und können euch die Ausstellung, die sich in der Nähe der Friedrichstraße in Berlin in einem ehemaligen Hochbunker befindet, nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr Lust habt auf moderne und zeitgenössische Kunst, unter anderem von Anne Imhoff, Victor Mann oder Anna Udenberg, seid ihr hier genau richtig. Bei der Tour erfahrt ihr nicht nur zu den Künstlern selbst etwas, sondern eben auch zur Historie des Bunkers, den darin stattgefundenen Technopartys in den 90ern oder zur Umnutzung zur Galerie. Zurang gibt's aber nur durch eine Online-Anmeldung im Voraus inklusive geführter Tour. Das Ganze gibt's für 15 Euro. Wir wünschen euch also viel Spaß. Wenn ihr schon dort gewesen seid, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wie euch die Ausstellung gefallen hat. Und lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Fabian sagt, ciao, ciao. 5. 10. 10.